Acryl-Nägel sind wunderschön und perfekt für einen besonderen Anlass. Doch sie können auch verschiedene Probleme und Erkrankungen verursachen, die vermieden werden sollten. Wenn du Acryl-Nägel verwendest, könnte dies deiner Gesundheit teuer zu stehen kommen. In unserem heutigen Beitrag möchten wir die Risiken und Gefahren von künstlichen Nägeln näher erklären. Bevor du dich für diese entscheidest, solltest du auch die Nachteile kennen, die dir bestimmt niemand erklärt hat. Immer mehr Frauen jedes Alters verwenden Acryl-Nägel. Diese werden künstlich hergestellt und sehen toll aus. Genauso wie wir es aus Modezeitschriften und von Celebrities kennen. Es ist einfach die Gründe für die Wahl künstlicher Nägel zu verstehen. Fehler werden vertuscht. Die Nägel und somit die Hände sehen makellos und ideal aus. Außerdem vereinfachen Acryl-Nägel das Lackieren und die Nägel können einfach mit einem schönen Design verziert werden. Was bei natürlichen Nägeln oft nicht möglich ist. Weil sie zu kurz oder zu unregelmäßig sind. Wenn die Nägel brüchig sind, wir an den Nägeln kauen oder in einem Umfeld arbeiten, in dem wir unsere Hände vorzeigen müssen, können Acryl-Nägel das Problem lösen. Ein Event, wie Hochzeit oder ein spezielles Fest, können auch Grund sein, um Acryl-Nägel zu verwenden. Lesetipp, Tipps für schöne, starke Nägel, kleiner als 7120678, besser unterstrich, sizes unterstrich, desktop unterstrich, generic unterstrich, box unterstrich, mittel unterstrich, ab, binde, strich, größer als Google Tag. CMD, push, function, Google Tag. Define Slot 7120678, besser unterstrich, sizes unterstrich, desktop unterstrich, generic unterstrich, box unterstrich, mittel unterstrich, ab. Welche Gefahren bringen Acryl-Nägel mit sich? Z-Targeting, Topic, Default, Z-Targeting, Mafia-Type, GetMRFP, Z-Clip-Sympty-Div, True, True, Ad-Service, Google Tag, Pubatz, Google Tag, Enabled Services, Google Tag, Display, D-I-V-G, PTA, D-I-V-G, PTA, D-15033917431112-0, kleiner als 7120678, besser unterstrich, sizes unterstrich, desktop unterstrich, generic unterstrich, einmal eins, binde, strich, größer als Google Tag. CMD, push, function, Google Tag. Define Slot 7120678, besser unterstrich, sizes unterstrich, desktop unterstrich, generic unterstrich, eins, mal eins. 1, 1, D-I-V-G, PTA, D-1513094690767-0. Z-Targeting, Red, Faults. Z-Targeting, Section. 4, Z-Targeting, URL. Welche Gefahren bringen Acryl-Nägel mit sich? Z-Targeting, Topic, Default. Z-Targeting, Mafia-Type. Get MRFP. Z-Clip-Sempty-Diff, True, True, Ad-Service, Google Tag. Pubatz, Google Tag. Pubatz. Z-Targeting, Mafia-Type. Enabled Services, Google Tag. Display, D-I-V-G, PTA, D-1513094690767-0. Vorsicht mit Kunstnägeln. Immer mehr Frauen jedes Alters verwenden Acryl-Nägel. Diese werden künstlich hergestellt und sehen toll aus. Genauso wie wir es aus Modezeitschriften und von Celebrities kennen. Es ist einfach die Gründe für die Wahl künstlicher Nägel zu verstehen. Fehler werden vertuscht. Die Nägel und somit die Hände sehen makellos und ideal aus. Außerdem vereinfachen Acryl-Nägel das Lackieren und die Nägel können einfach mit einem schönen Design verziert werden. Was bei natürlichen Nägeln oft nicht möglich ist. Weil sie zu kurz oder zu unregelmäßig sind. Wenn die Nägel brüchig sind, wir an den Nägeln kauen oder in einem Umfeld arbeiten, in dem wir unsere Hände vorzeigen müssen, können Acryl-Nägel das Problem lösen. Ein Event, wie Hochzeit oder ein spezielles Fest, können auch Grund sein, um Acryl-Nägel zu verwenden. Lese-Tipp-Tipps für schöne, starke Nägel womöglich scheinen diese vollkommen harmlos. Jedoch kann die Verwendung von Acryl-Nägeln verschiedene Probleme hervorrufen. Beginnen wir mit dem Besuch im Beauty Center. In vielen Schönheitssalons werden die verwendeten Werkzeuge und Materialien nicht sterilisiert. Dies bedeutet, dass sich daran Keime und Bakterien sammeln, sodass Ansteckungsgefahr besteht. Z. B. Durch Pilze. Nimm deine Nagelfeile von zu Hause mit. Da diese nicht sterilisiert werden können, achte auch darauf, dass die Kosmetikerin Schutzhandschuhe trägt. Wenn du eine Wunde an den Händen hast, könntest du dich mit irgendwelchen Erkrankungen anstecken, die Nagelhaut niemals entfernen lassen. Sie ist ein natürlicher Schutz, um Entzündungen und schädliche Keime fernzuhalten. Bevor die Kunstnägel angebracht werden, solltest du dir die Hände gründlich waschen und vor allem trocknen, um mögliche Feuchtigkeit zu vermeiden. Damit wird der Vermehrung von Pilzen vorgebeugt. Weitere Nachteile der Acrylnägel Die Konsequenzen von Acrylnägeln können jedoch schlimmer sein. Auch wenn es sich um einen guten Schönheitssalon handelt. Es können folgende Nebenwirkungen auftreten. Da Acrylnägel vollkommen rigide sind, kann bei einem Stoß leicht eine Abhebung oder eine Verletzung eintreten. In Extremfällen wird der Naturnagel abgerissen. Dies kann sehr schmerzhaft sein und der Nagel braucht sehr lange, um wieder nachzuwachsen. Das Risiko von Entzündungen ist viel höher, als bei Naturnägeln. Wenn etwas Abstand zwischen Acrylnagel und Naturnagel bleibt, können sich hier Bakterien und andere Mikroorganismen ansammeln, die eine Erkrankung hervorrufen. Die Konsequenzen von Acrylnägeln können jedoch schlimmer sein, auch wenn es sich um einen guten Schönheitssalon handelt. Es können folgende Nebenwirkungen auftreten. Lese Empfehlung Tipps gegen Nagelkauen Acrylnägel zu tragen ist eine Entscheidung, die gründlich durchdacht werden sollte. Falls du dich trotzdem dafür entscheiden solltest, wähle ein Beauty Center aus, in dem qualifiziertes Personal arbeitet und alle Werkzeuge und Materialien regelrecht sterilisiert werden. Vergiss deine eigenen Nagelfeile nicht und achte auf mögliche Veränderungen oder Beschwerden an den Nägeln und Fingern. Falls notwendig, solltest du den Acrylnagel entfernen lassen und warten, bis sich die Beschwerden lindern. Wichtig ist, den Nägeln ab und zu eine Verschnaufpause ohne Kunstnägel zu gönnen. Wichtig ist, den Nägeln ab und zu eine Verschnaufpause ohne Kunstnägel zu gönnen. Wichtig ist, den Nägeln ab und zu einer Verschnaufung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.